Er hat ihn. Junge, er pennt da, Olaf. Joa, interessant. Wie wollen wir den töten, Freunde? Nächstes Game wird besser. Na klar. Trinkst du da Sekt oder Wein? Was? Das ist Wasser. Und wenn das kein Wasser wäre, warum sollte ich aus einem Weizenglas Sekt oder Wein trinken? Mach auf jetzt. Ich will zocken hier. Wir brauchen Wins, Freunde. Leckere, saftige Wins. Ich werde gleich mit dir verfehlen. Ich sehe es kommen, Freunde. Ne. Krieg ich Support. Sehr gut. Ich glaube, wir gehen nochmal für eine Runde Peik, Freunde. Soll ich GameStop-Aktien kaufen oder nicht? Du kannst mir auch einfach das Geld geben. Da hast du, glaube ich, genauso viel Rendite. Ne. Du. Ich brauche jetzt hier die Span picken. Aurelion Niederleer. Okay. Also Komo sieht doch lecker aus, Freunde. Würde ich sagen. Doch, doch. Kein Dodge. Ich glaube es ja nicht. Let's win, Freunde. Ja, haben wir aber. Das ist okay. Hat er keinen First Blood, aber er hat Flash raus, Ignite. Exhaust ist, glaube ich, auch raus. Das ist gut für uns. Ist okay. Ist der Trade nicht gut, aber... Ich lukte, der Treff wäre jetzt richtig geil. Jetzt gibt Base, die Kaiser. Jill kommt auch noch in die Base, denke ich. Haben wir noch ein Wort? Und lässt er nicht durchfliegen? Oh, shit. Ich hab den Sperr abbekommen. Das ist auch so terrible. Kann man nicht machen, wenn der Jhin nicht da ist. Weiß. Weiß nicht, warum der Kha'Zix da pinkt. Ist ja nicht mein Fehler, wenn der der Committed Jhin musste basen. 3-0 Jhin ist aber sehr gut. Und die Wave ist gut. Sehr gut gewesen alles. Den Drake kriegen wir for free. Ist sehr lecker. Ja, ist Solo-Kill auf den Aurelion. Schmeckt doch. Wir müssen aufpassen, dass der Nierlead nicht gleich unten ist. Wir haben keine Sums. Da hat er leider nicht respected. Ja, gut. Der ist dann halt nicht connected irgendwie. So, unnötig vom Kha'Zix, dass er da reinjumpt. Ja, den machen wir unten hier ziemlich gut fertig gerade. Das ist nice. Sieht doch nicht schlecht aus. Oh, wenn er die W trifft, haben wir den. Fuck, das war dumm von mir. Ich hätte einfach weiter nach hinten recoilen sollen. Okay, hä? Die haben mir einfach den A10-Jabakil sterben lassen? Ja, der Jhin ist jetzt Turbo-Fett. Aua, das tut weh, aber den auch. Plopp. Sehr gut. Bisschen Damage, Freund. Sehr gut. Sonst hätten wir einen Shutdowns scheren könnte. Das wäre sehr broken. Shepo, du kriegst einfach 2000 Gold-Kills dann. Ich setze noch einen drauf. Für jeden Kill esse ich einen Oreo. Oh, das ist natürlich auch mal eine Ansage, du. Dann sorge ich jetzt dafür, dass du richtig fett wirst, Lipide. Hier ist jeder Runders-Tanks-Up-Item. Äh, nicht jede, aber hier ist zum Beispiel Nautilus. Der kann mich natürlich ziemlich durchziehten und da hilft mir die zusätzliche Tankiness. Ich dachte, die Ulti nach oben weg. Bleiben Sie stehen! Herr Drache. Oh, close. Boah, sind die alle low. Der Luis hat nicht bekommen. Wenn ich hetero wäre, wäre Wieland dein Type. I mean, Wieland ist kein hässlicher Mann, aber ich glaube, mein Type wäre er nicht, ne. Wie meine Melfight-Ult? Warte, war eine scheiß Ult, du. Wenn wir die Niederleer-Ulten können, oder nicht? Oh mein Gott, das verlieren wir, oder was? Warten wir K6 da unten. Der hat mich geultiht, der Nautilus. Und unser Jungler rennt auch schon wieder runter wie sonst. Aber unser Melfight ist auch so kacke. Hä, was machen die? Ist das kacke. Ist geplant, behind you, ja. Wir wollen ja immer noch auf Videopodcasts umsteigen. Und dann würden wir das auch auf YouTube hochladen, ja. Ist jetzt der nächste Step demnächst. Boah, der Olaf ist halt ein dickes Problem, ne. Ich glaube nicht, dass wir den töten können, Kollegen. Oh no, ich habe geëntet. Oh, der ist Solo. Nice. Oh, den Olaf müssen wir kriegen. Das wäre huge. Aber das wird nicht einfach, Freunde. Er will den Penta-Freunde. Er hat ihn. Junger Penta-Olaf. Ja, interessant. Wie wollen wir den töten, Freunde? Damit nicht so die DPS um ihn herumzuballern. Der hat sogar Ignite drauf gerade. Eigentlich Action Barren Angle, Leute. Das ist so int, was die da machen. Ja, den sollten wir haben. K6, kannst du bitte mit draufhauen? Ist aber Level 17, Mann. Das ist eine Menge Gold für mich. Haben wir das Game mal kurz gecarried mit den Calls, ne? Der Nash-Call hat uns, glaube ich, das Game gerettet gerade. Base, glaube ich, schnell. Oh, schade. Fast, der Red-Buff gesteilt. Macht Pike auch super Spaß. Locked. Das ist ein geiler Champ. Problem ist, dass der Olaf nicht aufhaltbar ist. Vielleicht noch mal. Hook. Aber das kriegt nicht. Auch noch tot. Der Olaf ist ein ganz großes Problem, Freunde. Weiter als das können sie eh nicht machen. Ich push die Wave hier einfach. Ich will noch mal Serpents fangen. Die haben zwar nicht viele Schilde, aber der Olaf muss halt irgendwie sterben, ne? Oh mein Gott, ich muss basen. Wohl, front-to-back-to-back-to-flash spielen. Ja. Das ist GG. Aber die gehen bei Drake, oder? Die gehen nicht für End. Okay. Okay. Der hat Ult raus. Das ist huge. Das war Int S-Fuck von ihm. Ob Double-Buff hat sich Regio hoch. Boah, close. Der wird nicht gesteilt werden, Alter. Mehr geht, weil nicht mehr meine Items bei mir. Bei Shutdown geht man nicht weiter an Teammates. Das ist Pike. Nope. Niederlich, Spotlane. Weißt du, wir haben wir. Boah, schon 1100 Shield Reduce. Doch, so viel, ey. Alleine das, aber das Sterex hat er jetzt nicht mehr. Oh ne, der Olaf. Let's go. Ich carry das so hart, Alter. Warum ist denn die Kaiser so tief gegangen? GG. Holy shit, das war so clean. Let's go. Nice game. Pike macht so Bock, ey. Mehr Schaden als der Melfeld. Ab ins nächste. Aber ein richtig cleanes Pike-Game. Ein cleanes, Freunde. Und... Anyway... Dann.